Guten Tag und willkommen bei Lockinox. Heute mit dem Mammut-Torschließer. Er ist der große Bruder des Tiger-Torschließer. Da der Mammut wie der Mammut HD und der Tiger eine Kombination von Torschließer und Scharnier darstellt, ist der Mammut für Torhersteller die richtige Wahl. Dieser ist für Tore von eineinhalb Metern Breite und einem maximalem Gewicht von 150 Kilogramm vorgesehen. Er ist rechts- oder linksöffnend einsetzbar und somit lagerschonend. Der maximale Öffnungswinkel beträgt 180 Grad. Wie bei allen Lockinox-Torschließern ist es möglich, die Schließgeschwindigkeit und den Endschlag zu regulieren. Er wurde wie das komplette Sortiment von Lockinox für den Außenbereich entwickelt, was ihn unempfindlich gegenüber Temperaturunterschiede und klimatischen Schwankungen macht. Ich danke Ihnen und sage bis auf Weiteres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017